hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen stream von mir auf meinem kanal hier habe ich wieder die bitrate habe ich die bitrate wieder auf 2500 gestellt oder bin ich dumm na video bitrate 3000 warum du jetzt 1500 verwenden weiß ich auch nicht ok jetzt ist das nicht nachdem ich jetzt video bitrate wieder was anderes oder ich bin jetzt schon komplett bleibt worden lol steff du rauschzügel bruder ich habe zum game mal aufschalten warum bist du warum sie machen ja ich hoffe das ist immer das lauft aber ich glaube schon und dann ganz kurz dann sind zwanzig sagt für die nummerlos hallo sagt die musik stef sagt die musik stef kunst mit nur so jetzt Jetzt müsste es eingeführt ein bisschen sein. So Leute, was geht ab? Wie geht es euch so? Ich habe jetzt eine neue... also ich kann euch jetzt eine kleine Story erzählen. Ich habe jetzt einen neuen PC. Ich kann eben mit den sensationellen 1080p60 FPS filmen. Mit einer schönen Hülle, die alles gerade neben mir steht. Und ja, habe ich übrigens selber zusammengebaut. Ähm, ja wie es oben seht, easy 120 FPS, beziehungsweise... Also um die 200, wenn man den Begrenzer rausgeht, aber ich habe jetzt momentan... ... nur einen 75Hz Monitor, darum bringt man das momentan... ...nuch relativ wenig, bis auf heute für die Aufnahme. Ähm, falls es mich interessiert, was ich an meinem PC drin habe, einfach... Ähm, in der Aufnahme, in die Kommentare. Dann kann ich das... Dann kann ich gerne mal extra Video dazu machen. Dann kann ich das machen. Dann kann ich das machen. Dann kann ich das machen. Ja... Ja... Gerade dann kann ich das machen. Komm, lass uns mal runtergehen wieder. Wo ist denn der Böge? Ja. Zähme leise lieber. Okay, lass raufgehen. Oder willst du die... Oder willst du ja, wenn die 200 IQ-Trips laufen lassen? Hm, mir geht's auch. Ja. Du findest eine Lösung. Das ist gut, das ist sie. Das ist so nett. Ja, gott ihr. Da hast du nicht so neusten. Ah, jo. Von alle Seiten. Ja. Digga, auf Anfangs führst du zum Rauschen. Du rauschst zu extra. Ich bin voll sicher, dass ich gerade verrückt habe. Warum Standbild im Stream ist. Ich bin schon ganz kurz auf YouTube. Oh, mein Stream ist wirklich richtig läuft. Nämlich sind es jetzt durchaus Katzen. Oh, hi, ich habe fast gar keinen Delay. Aber ich habe heute in E-Royals so rassiert. Echt, Jens? Mhm, so. Lol. Okay. Okay, lol. Okay, ich habe absolut miese Qualität. Ich habe die komplette Schuldqualität. Aber es liegt jetzt einfach an meinem Internet. Nämlich, ich kann ja aufnehmen, wunderschön. Das hat man auch heute im Video gesehen. Ich habe einfach zu wenig Internet, dass ich das streamen kann. Ich finde es nicht Ehrenwertungen geben. Die Frage ist, was ich jetzt machen, dass ich das bisschen funktioniert. Also, was ich auf alle Fälle machen werde. Ich werde die Streams auf 48 FPS runterhauen. Und auf 27p. Ich habe heute schon mal nicht so große Dateien. Ich glaube, dann geht das durchaus besser. Ich habe heute schon mal nicht so große Dateien. Ich glaube, dann geht das durchaus besser. Und wo ich das nicht machen kann. Ich habe heute schon mal keine Ahnung. Ich habe heute schon mal keine Ahnung, wo ich heute fahre. Ich habe heute schon mal keine Ahnung. Und wenn du mein Dad haben kriegst, du musst ja nur was machen. Du musst nicht alles arbeiten. Komplett heftig. Ja moin, wir werden gepusht. Ja. 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 Danke, dass da ein Pump liegt. Erregeln. Ah lol. Ist da ein Mini für mich? Ja. Bitte dropp mal. Digga, was ist mit dir falsch? Sorry. Ist mir nicht gerade noch mega gerissen. Digga, jetzt habe ich einen Biggie für... Jetzt habe ich einen Mini für Dingsl. Hast du Pumpmoni irgendwo? Dropp mal bitte ganz kurz. Nein, ich habe ein bisschen was. Digga, wenn du mir einfach das ganze Zimmer durchschierst du, Hans. Das war halt nicht, dass ich mir beabsichtigt. Mir sollst du voll gerissen. Sorry, deswegen habe ich auch so geschimpft in Instagram. Aber auch flüge ich durch den ganzen Keller, ey. Ja, jetzt lachst du noch. Wo musst du das nächste Mal sehen? Dann glaube ich lachst du nicht immer so heftig. Ja, du musst deine Lachen mal. Digga, sag dir den Stream, okay? Ich habe nie Facecam gemacht. Doch, ich habe auch Facecam gemacht. Aber da habe ich meinen anderen Bizeps noch nicht gesehen. Jetzt magst du PC-Camp gerne, oder? Immer. Alter, ich würde so gerne PC-Camp machen. Und ich würde einfach gerne lassen. Oh, ich habe gute Hits. Okay, ich habe 31 keine Hits. Ich habe gute Hits. Ich habe gute Hits. Okay, ich habe keine Mets mehr. Ja. Oh, ich musste nicht. Oh mein Gott. Ehre. God damn. Alter, mit ... ... 120 FPS. Alter, einer war mir mit einer Schüssel um Waffen, der ich dich so erschreckt habe. So, ist es... Oh, ich habe gesehen, digga. Ein Fahrer fliegt halt einfach durch. Durch die ganze Weltgeschichte. Das mit den Whisbound-Teilen haben die schon arg Apex noch gemacht. Ja, so anders. Bitte sag das jetzt nicht im Stream, Schatz. Aber so anders wirklich. Ich bin wirklich noch nie ausprobiert, das Whisbound-Teil. Ohne Apex waren sowas niemals gekommen. Ich weiß nicht. Und das war aber jetzt auch seit Monaten mal wieder das erste, was nach der Community gemacht hat. Nämlich das wollte da jeder. Da ist auch noch. Benny Boy. Nockt. Nur noch. Danke, dass du am Finishing gegangen bist. Oh mein Gott, Legenden. Oh mein Gott. Kein. Oh, wir waren noch nie weg. Hm? Papa. Bitte lassen wir doch mal das Jumpy. Komm, du laufst mal nicht das Jumpy. Weil ich gern stehle, du. Lohne. Was ist das? Digga. Wie armen Menschen diese nerven können. Scheiße, das sind so feine. Alter. Alter. Oula. Digga, man. Jetzt feine. Fahine. Mensch, guck, tetti. Das war jetzt sowas von das letzte Mal gewesen, dass du ihn geprankt hättest. Ja moin, mein PC ist ja absolut kalt. Oder ist er da oben richtig warm? Nein, der ist absolut kühl, Mann. Natürlich. Und wieso hab ich grad eigentlich meinen Sniper nicht benutzt? Das war grad vielleicht ein bisschen überflüssig, der die gar nicht benutzt. Sonst hab ich nicht so schlecht gespürt grad. Steff, du hast jetzt kein Disconnect, oder? Stefanius. Ah, der Disconnect ist sober. Je. Je, die kann Disconnect, na. Moment. Ich muss mich ganz kurz eintöteln. So, ohne Gegner kommt. Freunde. So, da ist er Disconnected. Lol. Ob er ist, du die passt, hoffentlich alles. Komm ich da jetzt unterm Stream Nur so ist das Ding Na ok 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 Dann geht sie in den Streamer rein Na lol Digger als ob das vercheckt hat Und schlecht Ja moin Digger will ich noch ganz kurz sehen wie die Situation am Ende zugegangen ist Ja wo wir den Davids-Camp machen und ich halt einfach klar lassen Uh, hab keine Hits Ok, hat andere als keine Hits Ich hab keine Hits, hat andere als keine Hits Ah, gar die Hits Ok, keine Metzluft Aber ich muss nicht Oh mein Gott, Ehre God damn Der Community gemacht hat nämlich das wollte da jeder No Danke, dass du im Finishing gegangen bist Oh mein Ja, als ob da nicht mein Ding ist Niemals gekommen Und das war aber jetzt auch seit Monaten mal wieder das Nockt Nur noch Ok Cool Ähm Das mach ich jetzt mal nicht on-stream Ah, das kann ich dann später machen Hm So, mein guter Stream-Partner ist irgendwie nicht anwesend Ich weiß ja jetzt nicht, was ich da tun soll, ne? Ähm Ja, ich kann halt jetzt eh nix tun Wollte doch nicht, dass ich eine Runde Solo spiele Kann ich hier nicht nachschauen, aber wollt ihr was? Uhhh Tee Hm Tee Tee Okay, Lord. Ja, ich kann jetzt hier von mir aus on-stream noch ein bisschen... Ich kann hier on-stream ein bisschen was in meinen Dings machen, aber ich glaube, das lukt keinen. Oh Gott, ich schau mal in meinen Stream rein. Ich hab wahrscheinlich jetzt gerade ein Bestandbild in Fortnite drin. Was bei ihm so los ist? Oder beziehungsweise... Okay. Ich hab's, ob's da nicht mehr so los ist. Ich hab's, ob's da nicht mehr so los ist. Okay, ja mal. Ähm, ja, ihr seht jetzt hier. Aktuell ein Zuschauer, ich bin wahrscheinlich nicht selber. Mal wieder schließen. Ähm, ja, das war schon mal wieder komplett. Ja, ich stelle jetzt mal so einen Text rein. Das seht ihr wahrscheinlich nicht erst an, wenn ich... ... 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 ein schönes zu laufen ich weiß man muss aber da ich noch keinen zuschauer habe natürlich nicht ausmachen nicht den wahnsinns als wenn ich die wanden zu zuschauer hätte das habe ich einfach nicht leider ich habe noch mal rein ob ich zuschauer habe und ob irgendwelche beziehungsweise ob Steff hier ob Steff hier in den Chat reingeschrieben hat aber nein nicht ne ob Steff hier in den Chat reingeschrieben hat aber nein nicht ne okay dann werde ich wahrscheinlich den Stream beenden müssen wer auch immer gerade zugesehen hat mega nwert hat wahrscheinlich hier keiner das ist ein mega nwert und wer sich das Video hier als Video gegeben hat noch nwerter thank you ähm also wie gesagt wenn ich ein Review über meinen PC machen soll bitte in die Comis bei einen Kommentar will ich Insta machen ähm so danke fürs Zusehen und ciao bis zum nächsten Stream oder Aufnahmen bis zum nächsten bis zum nächsten